so leute es ist so ich kann keine videos mal wirklich hochladen da steht es ja der server hat die datei abgelehnt ich weiß auch nicht wieso irgendwie ist es jetzt vor ein paar tagen so dass ich nichts mehr hochladen kann und ich mal leicht zwingen kann heute ging es irgendwie dann nicht mehr ich weiß auch nicht wieso deswegen machen wir das einfach so ich habe jetzt einen neuen kanal gemacht es ist der gleiche name heißt auch wie er peter hat alles gleiches profilbild und alles und er ist dann unten in der video beschreibung verlinkt und da könnt ihr mich dann abonnieren wenn euch doch die videos gefallen die ich raus bringen wenn ich dann halt nicht deswegen hoffe ich dass ihr mich wieder abonniert und den kanal den jetzigen end abonniert oder was auch immer ihr macht und ja wir sehen uns dann nächstes mal wieder bei neuen video oder neuen live stream beim neuen channel ja und der link ist hat unten in der wieder beschreibung vom neuen kanal nicht vergessen